Hast du Bock, richtig viel Geld zu haben, aber stehst auch nicht so auf Krypto-MLM-Systeme, für die du deine Freunde verraten musst oder toxische Business-Coaches, bei denen du in die Gruppe kommen sollst und dir andauernd teure Sportwagen mieten musst? Dann könnte ein Leben in Australien etwas für dich sein, denn hier sind die Chancen, wirklich wohlhabend zu werden, einfach mal viel besser als in Deutschland. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland. Jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Der durchschnittliche australische Haushalt besitzt ein Nettovermögen von über 800.000 Euro oder 1,4 Millionen australischen Dollar. In Deutschland beträgt dieser Wert nur knapp 300.000 Euro. Haushalte in Deutschland sind also, wenn wir mal in unserer First World Bubble bleiben, viel ärmer als die australischen. Es gibt also krasse Unterschiede zwischen Deutschland und Australien und irgendwie gelingt es hier, mehr Menschen im Leben reich zu werden als in Deutschland. Und wenn du jetzt schon Angst hast, dass ich gleich irgendwas von Mindset labere oder weirderer Buttcodes in den Raum werfe, mit denen du 10% beim Kauf irgendeines um 10% überpreisten Get-Rich-Quick-Produkte sparst, dann hold your horses, denn das hier wird ein finanzwirtschaftlich fundiertes Video, in dem ich ganz genau zeige, warum viele Australier so wohlhabend sind und warum es das so in Deutschland einfach nicht gibt. Also, schau dir das Video bis zum Ende an. Es werden auf jeden Fall deine produktivsten YouTube-Minuten heute werden. Im ersten Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Einkommen. Durchschnittlich verdient hier eine erwachsene Person, die Vollzeit arbeitet, brutto 98.200 australische Dollar. Das sind aktuell ungefähr 60.000 Euro. In Deutschland sind es 52.000 Euro. Da haben wir schon mal einen Unterschied von immerhin fast 20%. Kurzer Hinweis aber, das ist das arithmetische Mittel, das ist nicht der Median. Bei denen gibt es aber einen ähnlichen Unterschied. Mir fällt erstmal kein Job ein, der in Australien schlechter bezahlt wird als in Deutschland. Aber es gibt natürlich krasse Unterschiede zwischen einzelnen Branchen. Wir können das hier nicht alles einzeln durchgehen, aber ganz allgemein hat Handwerk hier in Australien wirklich einen goldenen Boden. Mein Elektriker zum Beispiel, der wohnt in der Villa, fährt ein 80.000 Euro Auto und hat ein Boot. Und das, obwohl er nur sich und einen Angestellten hat. Auch medizinische Berufe wie zum Beispiel Physio- oder Ergotherapeuten sind Gewinner. Außerdem viele kuriose Jobs, für die man gar keine Qualifikationen benötigt. Zum Beispiel Traffic Controller, wo man so einen Stock in der Hand hält und menschliche Ampel spielt. Da sind schnell 6.000 Euro oder mehr pro Monat drin. Auf der anderen Seite ist das alles für dich nicht unbedingt kopierbar. Denn mitunter sind viele Jobs hier nicht anerkannt in Australien. Grüße an alle Anwälte und Krankenpfleger. Die Sache ist also insgesamt kompliziert. Wenn ihr spezifische Fragen dazu habt, schreibt mir gerne auf Insta oder hinterlasst einen Kommentar. Die Gehälter variieren jetzt nicht nur zwischen den Branchen, sondern auch zwischen den Bundesstaaten. Laut aktuellen Statistiken sind die Durchschnittsgehälter im Westen Australiens und im Australian Capital Territory, also Canberra, am höchsten und in Tasmanien am geringsten. Noch ein kurzes Wort zum Thema Mining, Bergbau, weil immer alle anfangen zu sabbern, wenn sie an die Gehälter da denken. Ja, Bergbau-Jobs sind top bezahlt. Man muss sich schon anstrengen, um einen zu finden, der weniger als 100.000 Dollar einbringt. Außerdem gibt es im Bergbau ja viel mehr Jobs als nur Baggerfahrer. Es gibt Ingenieure, Techniker, Sanitäter, Fitnesstrainer, Jobs in der Verwaltung, Arbeitsschutz und Gesundheit, Landverwaltung, Kommunikation. Unzählige Jobs, wie sie halt in jedem Großkonzern zu finden sind. Aber das ist auch alles kein No-Brainer und nicht für jeden etwas. Oft muss man für diese Jobs große Kompromisse machen, wie zum Beispiel in Camps nahe der Mine leben. Man hat Schichtpläne wie 21-7, also 21 Tage nonstop durcharbeiten, dann 7 Tage Pause. Das ist alles nicht sehr beziehungs- und familienfreundlich. Meine Partnerin Maren hat mal auf einem Gasfeld im Outback von Queensland gearbeitet. Und da war das genauso, sehr viel Geld, aber sehr wenig Zeit, es auszugeben. Und das ist irgendwie auch das totale Parallelleben, weil man eben kaum zu Hause ist, sondern immer in seinem Wohncontainer an seinem Arbeitsplatz lebt. Kurzer Einschub allgemein zu diesem Video. Warum kann ich zu all dem was sagen? Naja, zunächst einmal habe ich selbst BWL studiert und dann hier in Australien meinen MBA gemacht. Zum anderen ist all das, was ich euch hier erzähle, auch das Ergebnis meiner eigenen Erfahrung als Founder und der Erfahrung vieler Freunde und Bekannte über die letzten 15 Jahre. Und all das untermauere ich mit Statistiken und die Quellen dazu sind alle in der Videobeschreibung aufgelistet. Das Thema Selbstständigkeit, das möchte ich auch noch erwähnen. In Australien sind über 10% der Bevölkerung ohne Angestellte selbstständig tätig, also so als Mini-Selbstständige quasi. In Deutschland macht diese Gruppe nur 4% aus. Und das hat damit zu tun, dass Australier generell risikofreudiger sind als Deutsche und das zahlt sich natürlich auch aus. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der seinen Bürojob hingeschmissen hat und der jetzt mit so einem Kärcher so Hochdruckreinigungen macht, so Terrasseneinfahrten und so. Und der kann jedes Jahr einen Gewinn von mehr als 120.000 Euro verbuchen, obwohl er das alles nur alleine macht. Oder eine Bekannte, die führt Hundespazieren, die nimmt 30 Euro pro Spaziergang, macht das 10 Mal am Tag und kommt so auf über 70.000 Euro im Jahr. Generell ist so eine Kleinselbstständigkeit hier kein Makel oder ein Zeichen, dass man es irgendwie nicht geschafft hat. Ganz im Gegenteil, das ist oft sehr hoch angesehen. Und Selbstständigkeit erlaubt halt auch die komplette berufliche Umorientierung. Statt Arbeitslosigkeit, weil man in seinem Bereich keine Arbeit mehr findet, weil man arbeitsunfähig geworden ist zum Beispiel, macht man sich halt einfach in einem ganz neuen Bereich selbstständig. Meistens wird nicht mal nach Qualifikationen oder Erfahrungen gefragt. Man macht es halt einfach, man kann ganz einfach von heute auf morgen sein eigener Chef werden. Die Prozesse dafür sind auch verwaltungstechnisch super einfach. Man braucht eigentlich nur eine ABN, eine Gewerbenummer, die kann ich online beantragen und die kommt 10 Minuten später per E-Mail. Und wenn ich es ein bisschen größer aufziehen will, dann möchte ich vielleicht noch eine GmbH gründen. Das ist eine PTY-LTD in Australien. Auch das ist super schnell gemacht. Kannst du online machen, koste ich 500 Dollar, wenn du es von einem professionellen Anbieter machen lässt. Und du bist de facto nach einem Tag selbstständig und kannst loslegen. So, und jetzt habe ich gerade über diese Sache mit dem Hundeausführen geredet. Da fragen sich vielleicht viele von euch, ja wer zahlt denn jemand anderen Geld, damit er in den Hundgassi geht? Naja, viele solche kleinen Geschäfte funktionieren, weil Australier einfach super dienstleistungsaffin sind. Wenn man es sich leisten kann, was auszusourcen, was einem keinen Spaß macht, dann wird es gemacht. Eine Putzkraft zu Hause, sowieso. Backofen in der Küche reinigen, da kommt zweimal im Jahr jemand, der das für einen macht. Auto waschen, einfach im Shoppingcenter abgeben, während man selber einkauft. Dachrinne reinigen, wird outgesourced. Kindergeburtstage, Entertainer buchen. Und all das schafft eben Nachfrage und das ermöglicht es vielen kleinen Unternehmern sehr, sehr gut zu verdienen. Wenn ihr nach Australien kommt, dann müsst ihr da wirklich drüber nachdenken, je nachdem, was euer Background ist. Wollt ihr eure Karriere fortführen? Wollt ihr was anderes machen? Wollt ihr in die Selbstständigkeit, vielleicht auch nur übergangsweise? Manche Optionen, die sind vielleicht für euch gar nicht zugänglich, aber immerhin gibt es sie. Zurück zum Thema. Man verdient also mehr in Australien, aber das kann nicht der Schlüssel zum Reichtum sein, denn Konsumgüter kosten hier auch viel mehr. Im Schnitt sind es 14 Prozent zurzeit. Mieten sind nochmal 40 Prozent höher als in Deutschland. Und im Supermarkt zahlt man 24 Prozent mehr als in Deutschland. Und diese Faktoren, die eliminieren den Einkommensvorteil ja komplett. Es muss also an anderen Dingen liegen und das sind die Steuern. Und darüber reden wir im nächsten Kapitel. In Deutschland beträgt der sogenannte Tax Wedge, also die Gesamtprozentzahl der steuerlichen Abgaben auf Einkommen 47,8 Prozent. In Australien sind es nur 26,9 Prozent. Und wenn wir uns die Abzüge vom Gehalt anschauen, liegt Australien bei 23 Prozent. In Deutschland sind das 38 Prozent. Das ist ein krasser Unterschied. Und diese 90er Jahre Stammtischparole, mehr netto vom Brutto, also da gewinnt Australien auf jeden Fall. Und man kann ganz klar sagen, dass die Besteuerung in Australien viel niedriger ist als in Deutschland. Das zieht sich auch in den Konsumsteuern durch. Die Mehrwertsteuer, GST heißt die hier, beträgt nur 10 Prozent. Oder Dinge sind ganz Mehrwertsteuer befreit. Die Steuern auf Benzin betragen aktuell nur ca. 25 Euro Cent pro Liter, also ein Bruchteil von Deutschland. Und eine Erkenntnis von mir ist deshalb, nur für manche Menschen ist das Einkommen in Australien signifikant höher als in Deutschland. Vor allem in Relation zu den Lebenshaltungskosten. Aber für fast alle bleibt einfach viel mehr vom Einkommen übrig. Das heißt, man hat am Monatsende mehr übrig und dann stellt sich die Frage, was sollte man damit machen? Sollte man A. Kippen kaufen für 35 Euro pro Packung und das ist der Preis hier. Sollte man B. Shoppen zu seinem Wochenend-Hobby machen und alles, was auf dem Konto ist, gegen irgendwelchen China-Schrott von Großkonzernen tauschen. Sollte man sich vielleicht ab und zu ein cooles Toy leisten, wie ein Boot, ein Jetski oder ein Wohnmobil? Oder sollte man das alles etwa anlegen? Na, ihr kennt die Antwort natürlich. Aber Spoiler-Alert, in Deutschland wird Geldanlage chronisch und flächendeckend völlig verkackt. Und viele Menschen legen die Grundlage für ihre eigene Altersarmut schon in ihren 20er Lebensjahren. Und jetzt denkt ihr, Moment, Moment, die Deutschen sind doch so super sparsam. Ja, aber sie sparen falsch und das erkläre ich euch jetzt. Mit Geld kann man immer nur eins von zwei Dingen machen. Ausgeben oder nicht ausgeben. Manche Ausgaben sind unvermeidlich, wenn man nicht ernsthaften Ärger bekommen will. Und das sind vor allem die Steuern. Andere sind auch unvermeidlich, zum Beispiel Essen, Dach über dem Kopf, medizinische Behandlung. Klammern wir das mal aus. Denn jetzt geht es darum, was man in Australien mit dem Geld macht, das übrig bleibt, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Auch das kann man natürlich ausgeben. Mehr zu diesem Trap später. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass man das Geld anlegt. Was machen die Australier mit dem Geld, das sie anlegen wollen? Eine Antwort ist, sie kaufen Aktien. Und zwar schon seit Jahrzehnten. 51% der Bevölkerung besitzen Aktien. Nur 17% sind es in Deutschland. Und dabei ist es jetzt egal, ob das jetzt Direktaktien sind oder ETFs oder irgendwelche Old-Style-Fonds. Solche Anlageprodukte sind halt einfach langfristig super erfolgreich. 8% pro Jahr oder mehr. Und in Deutschland haben viele Menschen ihr Geld noch auf Sparbüchern, im Tagesgeld, Festgeld oder irgendwelchen Staatsanleihen investiert. Eben um das Risiko zu minimieren. Aber das killt halt einfach die Rendite. Mal ein kurzes Rechensbeispiel. Wenn ich jeden Monat 300 Dollar über 40 Jahre über mein Berufsleben anlege, dann ergibt das bei 8% 1 Million Dollar und bei 2,5% auf Sparbuch nur 250.000. Deswegen mein Aufruf, wenn ihr hier in Australien arbeitet, wenn ihr Geld anspart, macht es wie die Australier. Investiert in Aktien, in ETFs, in irgendwelche Assets, die langfristig eine hohe Rendite bringen. Ja, die sind volatiler. Natürlich, ihr könnt auch mal in einem Jahr 30% verlieren. Aber langfristig stimmt die Rechnung einfach und ihr müsst hier einfach mal euren kulturellen Vorurteil, eure deutsche Angst vor Unsicherheit, vor Volatilität einfach mal überkommen. Und einfach mal so machen, wie die Australier das Risiko in Kauf nehmen und langfristig davon halt einfach super profitieren. Aber das alles klappt nur, wenn man eben auch was anspart und wenn man die Möglichkeit hat, Geld zu investieren. Denn es kommt immer darauf an, was man im Alltag so ausgibt, weil die andere Seite der Investitionsmedaille, das ist der Konsum. Und um den geht es im nächsten Kapitel. In Australien gibt es prima Möglichkeiten, all sein hart erarbeitetes Geld schnell loszuwerden. Denn die ganze australische Gesellschaft ist sehr konsumorientiert. Shopping ist hier nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Ist ja in Deutschland mit dem Bummeln nicht anders, aber hier ist man gefühlt schon einiges rücksichtsloser, was die eigenen Finanzen angeht. Und wenn alles Geld ausgegeben ist, dann kauft man eben mit Klana oder anderen Buy Now, Pay Later Apps einfach weiter. Und es ist auch kein Zufall, dass Afterpay, das ist so ein Pionier in dieser Fintech-Branche, ein australisches Startup ist. Leute kaufen hier einfach viel und gern auch auf Kredit. Weiteres Beispiel, in vielen Einkaufszentren gibt es hier noch Tierläden, in denen man sich spontan einen Hund oder eine Katze kaufen kann. Darüber will ich jetzt gar nicht debattieren, aber das dient nun mal als Beispiel, wie schnell Australier sich spontan zum Kauf von Dingen und eben auch Lebewesen verführen lassen. Und auch an Dienstleistungen wird halt nicht gespart. Ich habe euch ja schon eben haushaltsnahe Services beschrieben. Und am eigenen Körper geht es weiter. Teure Friseurbesuche, Make-up, Nägel, Wachsen, selbst für Botox, Tattoos und andere Eingriffe gibt es hier in vielen Einkaufszentren, Läden, wo man das schnell mal nebenher machen lassen kann. Und das alles natürlich auch wieder mit Buy Now, Pay Later. Und dann sind dann noch die Toys. Damit meine ich aber weder Toys R Us noch irgendwelches Erwachsenenspielzeug, sondern große Freizeitanschaffungen, die so richtig Aussie sind und gewissermaßen Bucketlist-Items des Lifestyles hier. Also Jet Skis, Boote, Campertrailer, Allradfahrzeuge oder einfach alle zwei Jahre ein neues Auto. Vielleicht auch ein großer Wohnwagen oder ein Ferienhaus an der Küste. Je nachdem, wie viel man sich leisten kann, kann man trotzdem hier eigentlich alles immer ausgeben. Mit solchen Anschaffungen schaffen es Australier immer pleite zu sein. Also wenn man nicht gerade ein Tech-Milliardär ist natürlich, es gibt hier reichlich Möglichkeiten, sein Geld zu verschwenden. Tja, und wenn du in Australien reich werden willst, dann lässt du dich einfach nicht in diese Welt hineinsaugen. Du machst diesen Scheiß einfach nicht mit, auch wenn es alle anderen machen und dich vielleicht für bescheuert oder spießig halten. Stattdessen hältst du einfach deinen Sparplananteil hoch. Überleg mal, in Australien ist es nicht unrealistisch, 200 Dollar pro Woche zurückzulegen, wenn du einen ganz guten Job hast. Mach das 40 Jahre lang, dein Berufslegen lang und du gehst mit 3 Millionen in die Rente. Das ist eine unglaubliche Zahl und das ist einfach diese Macht eines langen Anlagezeitraums und eben der Anlage in die richtigen Produkte. Aber wer gut aufgepasst hat, der stellt sich jetzt vielleicht die Frage, ja, wie schaffen es die Australier denn Wohlstand zu erschaffen, wenn sie doch alles immer ausgeben, so konsumorientiert sind? Warum beträgt das durchschnittliche Haushaltsvermögen in Australien über eine Million Dollar? Und warum kann man fast schon sagen, dass der typische Aussi ein Dollarmillionär ist? Jetzt kommen wir zum Zwangssparen, denn manchmal sind wir Menschen einfach so verpeilt, dass wir es ohne Zwang nicht ganz hinkriegen. Die Australier sind nicht gut im Sparen, aber zum Glück wird ihnen das abgenommen und hier müssen wir über zwei Dinge reden. Das erste ist der Kauf einer eigenen Immobilie. Die eigene Immobilie ist der australische Traum. Schon sehr früh im Leben wird das hier gemacht. Aufgrund der hohen Hauspreise ist das jetzt auch ein bisschen nach später verschoben worden. Aber es ist immer noch das Ziel vieler Australier, ein eigenes Haus zu haben. Und sie haben das auch immer sehr radikal umgesetzt. Und langfristig ist es eben eine sehr gute Anlage. Über die letzten 40, 50 Jahre sind australische Immobilien auch jedes Jahr um mehr als 8% im Wert gestiegen. Und das trägt natürlich erheblich zur Vermögensbildung bei. Das zweite, was wir hier betrachten müssen, ist die australische Altersvorsorge. Und der wichtige Teil ist die sogenannte Superannuation. Wenn du in Australien arbeitest, dann zahlt dein Arbeitgeber, aktuell sind es glaube ich 11 oder 12% von deinem Bruttogehalt in einen Superannuation-Fonds deiner Wahl. Und das sind eben Fonds, die auch wieder in gut wachsende Assets investieren. Zum Beispiel in Aktien, andere Unternehmen und so weiter. Sodass wir hier auch langfristig eine sehr, sehr gute Rendite erzielen. Wenn man dann 65 ist, kann man sich das Ganze auszahlen lassen. Es wird auch weniger besteuert als eine normale Geldanlage. Und viele Australier gehen hier mit sehr hohen sechsstelligen Beträgen in die Rente. Also warum sind jetzt viele Australier so reich? Naja, die Antwort sind gute Einkommen bei gleichzeitig niedriger Besteuerung. Was es den Menschen ermöglicht, frühzeitig Geld zu investieren. Und hier kickt dann die australische Kultur rein. Man ist risikobereiter. Man hat kein Problem damit, wenn der Wert seines Anlagevermögens hoch und runter geht. Deswegen investieren alle in Aktien und ETFs. Und die sind halt wirklich ein Schlüssel zum langfristigen Aufbau von Vermögen. Und selbst wer aufgrund seines Konsumverhaltens damit struggelt, der spart gezwungenermaßen über die Rendite starke Altersvorsorge oder die früh gekaufte eigene Immobilie. Und all das führt dazu, dass das durchschnittliche Vermögen in Australien so hoch ist. Und wenn ihr nach Australien kommt, dann könnt ihr das mit den richtigen Entscheidungen auch zum gewissen Grad kopieren. Und zwar nicht nur in eurem eigenen Beruf, sondern gegebenenfalls auch als Selbstständiger. Oder in einem anderen Beruf. Und wenn ihr euer Geld zusammenhaltet und nicht alles ausgebt, was reinkommt, dann werdet ihr auf jeden Fall auch diesen Weg gehen können. Ihr seht also, die Chancen in Australien reich zu werden, die stehen ziemlich gut, was die Rahmenbedingungen betrifft. Das alles klappt natürlich nur mit harter Arbeit, Disziplin. Aber insgesamt kann man schon sagen, sind die Chancen besser als in Deutschland. So, das war mein Rezeptvideo zum Thema Reichweite in Australien. Ganz ohne Abkürzungen, die dann ja doch nicht funktionieren. Und auch ohne weirde Investment-Hacks, mit denen ihr euch nur Ärger macht. Wenn euch finanzwirtschaftliche Themen allgemein interessieren, dann sagt das in den Kommentaren. Es ist ja ein Spezialgebiet von mir, aber natürlich eigentlich nicht Kernthema dieses Kanals. Bis demnächst und Cheers! Cheers!